Aiwanger fordert Abschiebungen. In Deutschland hat die Regierung kürzlich Maßnahmen eingeführt, die erhebliche finanzielle Belastungen für die Landwirtschaft bedeuten. Dies hat zu massiven Protesten von Bauern in ganz Deutschland geführt, die durch die neuen Regulierungen und Abgaben in ihrer Existenz bedroht sind. Einige Bauern sehen sich gezwungen, ihre Preise zu erhöhen, während andere befürchten, in die Insolvenz getrieben zu werden. Als Reaktion auf diese Situation hat Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger eine kontroverse Forderung erhoben. Er schlägt vor, tausende Migranten aus Deutschland zu entfernen, um finanzielle Mittel freizumachen und damit die deutschen Bauern zu unterstützen. Dieser Vorschlag wird von Aiwanger damit begründet, dass illegale Migranten dem Staat jährlich bis zu 1,4 Milliarden Euro kosten. Er argumentiert, dass die Einsparungen, die durch die Abschiebung dieser Gruppe erzielt werden könnten, dazu verwendet werden sollten, die deutsche Landwirtschaft zu unterstützen. Diese Aussage ist ein starker Gegenpol zu den aktuellen politischen Maßnahmen, die darauf abzielen, ein Haushaltsdefizit zu schließen, indem man unter anderem von den Landwirten höhere Abgaben und Steuern verlangt. Die Bauernproteste, die sich über das ganze Land erstrecken, sind in ihrer Natur und Intention deutlich verschieden von anderen aktuellen Demonstrationen, wie zum Beispiel den Klimaprotesten. Die Bauern demonstrieren für die Erhaltung ihrer Lebensgrundlage und die Sicherstellung der Nahrungsversorgung, während Klimaproteste sich auf globale und umweltbezogene Fragen konzentrieren. Aiwangers Aussagen haben eine hitzige Debatte ausgelöst. Er wirft der Bundesregierung vor, gegen die Interessen der Landwirte zu handeln, indem sie gezielt Subventionen und Steuervergünstigungen kürzt. Seine Theorie geht sogar so weit zu behaupten, dass die Regierung die Anzahl der Bauernhöfe absichtlich reduzieren möchte, da diese nicht die regierenden Parteien wählen. Dies steht im starken Kontrast zu den politischen Bestrebungen, Ausländern in Deutschland Wahlrechte zu gewähren, um neue Wählergruppen zu erschließen.